So, da sind wir wieder. T-Shirt Müde, oder T-Gri. Okay, wir wollen jetzt... Oh, ich hab den Namen vergessen, wie es heißt, die Isila-Chefin. Quasi. Und unser Dorf holen. Das wird ja darauf wieder hinauslaufen. Wird nicht einfach, ja. Oh, kacke, wieder so eine Mission. Scheiße. Wie komm ich denn hier hoch? Leute, ihr könnt euch jetzt nicht schon ins Horn blasen, wenn ich nicht weiß, wie ich hier hochkomme. Ah, eine Höhle. Alter, Alter, was das ist... Durch so einen Sprung. Ja, das ist ja nice. Kann ja eigentlich nur von da kommen, oder? Außer die Kabeln hier runter, aber ansonsten... Äh, das hier fällt mir ja meeeega gut. Na, da kommt Nachschub. Dropkick! Auch wenn wir das... Wenn man gar nicht richtig zielt. Oh, das ist ja... Näh. Oh, das ist ja nicht. Nein. Oh, das ist ja nicht. Schein. Schein. Schade, hat nicht so funktioniert, wie ich gedacht. Toshi. Ich komme aber auch hier viele Gegner an. Wieder sammeln. Großer. Sehr gut. Jetzt können wir noch die ganzen Leichen durchsuchen. Da wir jetzt ganz schön Fleisch verbraucht haben. Uhara. Okay, guck mal vor, bevor wir jetzt weitergehen. Siebzehn Fähigkeitspunkte. Auf jeden Fall würde ich das gerne da investieren. Takedown. Das werden wir vielleicht jetzt auch mal machen. Ah, gut. Große, mächtige Anführer, das ist nice. Blick im Austart, Taste für den Splitter. Nacheinander eventuell noch, ne? So, und leisere Geräusche ist vielleicht auch ganz praktisch. Damit haben wir dann schon mal vier Fortschrittspalken komplett aufgelevelt. Boah, ich kann mich auch einfach nicht... Alter, Falter. Alter, Falter. Satz sehen. Das sieht schon krass aus jetzt wieder. Da oben ist auf jeden Fall wieder einer. Ist da ein Düten, ne? Genau. Machen wir erstmal die Verstärkungsdeals. ben, ne? Wirklich! Wirklich, wir sind hier. Wirklich! Okay, die Einheit scheint, die Einheit sei schon, ähm, der verwirrte oder, ja, Agro-Typ ist schon besiegt, scheinbar. Oh, ich hab beide erwischt, nice. Versteckt er sich, oder wird... Hä, wo ist sie denn, dass sie jetzt plötzlich angezeigt wird? Und wieso sehe ich jetzt absolut gar keinen mehr? Die kann ich nicht angreifen? Ist jetzt vielleicht nicht gerade die feine Art... Scheiße, zu früh abgeworfen. Das ist meine Zielperson, oder? Ja. 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 Lassen wir die sich doch selber bekämpfen da oben. Lassen wir die Hände. Okay, schleichen wir uns ein. Nein, das wollte ich gar nicht. Wir können kurz nochmal gucken, ob keiner guckt. Scheint alles safe zu sehen. Das war's für uns. Zu, Tapacham. Vajacca, Dramadaus. Vajacca! Duas, Dramadaus. Die kämpfen immer noch gegeneinander? Wie jetzt? Ach so, er hat selber Verstärkung gerufen. Na geil. Ah! Kommt jetzt irgendwo ne Versteckung an? Ich habe ihn. Finne ich nicht! Was für K... Woe... Waaahhh! In den Gubi, weg. In den Gubi, die weg. In den Gubi, weg. In to, time to. Waaahhh! 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 Waaaahhh! Waaahhh! Steady machen wir ja noch ein bisschen verwirrt. Können wir den ausschalten? Geht's! Geht's! Oh, hey! Geht's! 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 Die Und ich dachte, wir wohnen uns echt die Frau, verdammt. Hab mich schon gewundert. Ich bin das. Ich bin der Schlagel. Ich bin der Schlagel, das ist die Begründung. Ich bin der Schlagel. Ich bin der Schlagel. Ich bin der Schlagel! Jo, wir sind jetzt hier. Roshani hat sich dem Dorf angeschlossen. Sehr gut. Cool. Ich gehe jetzt aber erstmal ins Belohnungslag. Hat euch wieder Fähigkeitspunkt? Das freut mich natürlich. Wo ist denn unsere Belohnungslage? Da oben. War das, ne? Achso. Ne, ne, ne. Wir machen erst... Ne. Ja. Ich kann jetzt auch nicht mehr ein Waffenrad... Das ist ja nervig. Na gut. Machen wir das erstmal voll. Honig. Zack. Nehmen wir auch mit. Fleisch. Zack. Sehr gut. Gut. Können wir jetzt irgendwie noch... Zwei. Verringert den Schaden, den du durchs Feuer erleidest. Das ist natürlich nicht verkehrt, würde ich sagen. Cool. Haben wir das Lager jetzt eigentlich irgendwie übernommen oder so? Ne, ne? Das war jetzt hier unten. Ah doch. Klar. Das Boll weckelt uns. Na sehr gut. Das will ich mir natürlich noch... ...und ich noch mal kurz angucken, Leute. Die sind ja dann gleich wieder hier abgehauen. Achso. Und Pfeile müsste ich mir vielleicht auch mal wieder machen, ne? Wo starten wir? Hier. Okay. 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 Das ist natürlich schon nice hier. Das ist mein Lager, Junge. So. Haben wir irgendwas gleich in der Nähe vielleicht noch? Das Ding. Das schaffen wir in der Folge noch. Hm. War keine gute Idee. Oh, tot. Da ist nichts mehr zu beschützen. Wie kommen wir denn da jetzt? Oh, verdammte Kacke. Kann ich hier hochklettern? Sonst habe ich keine Ahnung, wie man da tatsächlich hochkommt. Ja. Das läuft wohl so irgendwie... ...nicht. Oh. Hat sich... ...och erledigt. Aber da ist eine Maske irgendwo. Ich sehe das Blinken. Aber ansonsten nichts. Gut. Da würde ich sagen, geht es hier in der nächsten Folge wieder... ...oder. Ich komme nicht raus. Gut. spitze. Bedanke mich. Bis dann. Good. Untertitelung des ZDF, 2020